Hallo Menschen! Hiiiin! Und weiter weiß ich nicht. Du bist ne Hurensohn! Hey oh Menschen, ich wende mich zurück zu! Ah, genau! Ja! Einem Showdown live! Nö, 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 nö! Okay, dann noch mal, dann noch mal! Hey oh Menschen, ich wende mich zurück! Ja! Zu einem Showdown live! Genau! Mit Uyunat und so! Und ja, wir haben jetzt gerade ganz viel Spaß mit dem härteren Moneyboy! Hallo! Das bin ich! Das ist mein zweiter Vorname! Ja, das ist er! Eindeutig! Und wir haben uns gedacht, wir machen jetzt einfach so ein richtig professionelles, vor allem professionelles, professionelle Aufnahme über Pokémon. Schau mal, was ist das? Hm? Nö! Ne, ne! Was wurde ab? Ne, ne! Ne, weil die jetzt gerade erst auspasst sind! Kack buddy! Und wir machen einfach! Und jetzt werde ich etwas vergrößert! du fängst an ich fange an ja ich bin voll aufgeregt ja ich bin einfach nur wollten wir machen ja kannst du auch bei der übernuss gold habe ich kann noch kennen deswegen habe ich auch nicht okay mach mal habe ich welche warum habe ich mein alter ich habe meinen torches einfach mal gegeben wenn aber das ist aber kann man machen kann man mal passt doch ich hoffe das sind doch auf so komisch aus ich hab diese richtig richtig schön ja erfanden mein team ist cool so dein team sieht sehr cooler aus mit so wie mein team dann haben dann cobalion das passt nicht so rein das passt nicht überhaupt nicht rein oder ist ein deutscher krön war geworden nicht schlecht geworden sehr guter name muss ich sagen ich hoffe ich nehme jetzt wirklich auf ich habe Angst zur noten immer noch ich auf ja so bitte jetzt die qualität eh viel besser ja ein schickes board so du musst mal mehr über deine moves reden ja ja okay okay also du hast nämlich alle ich hier okay okay ich mache ja ich liege hier mit video weil ich habe es dir welchen du musst du denkst ich bin da ja das ist nicht oft so das müsste ausnutzen natürlich okay also ich werde hier auf jeden fall mit meinem video ich denke ich kann ja auf jeden früh ja wieder alles aus der vorbeid und da der wird sich auswechseln ich könnte jetzt einfach mutter machen nee warum denkst du der wird eisschatt machen so wie du es denn warum ich einfach hurricane geht auf der geht auf dem polio und ich bin gut für mich übernüden okay mikrofon aktiviert so siehst du deswegen ja ich habe ich wollte doch grad sagen die verjute ist so ja genau dann wird da werden im polio da ist ja ja war doch klar warum hast du jetzt gerade weg nee ich war nicht weg meine schwester kommt ja und soll ich ihn auch noch mitmachen ich werde ich das tun aber ich weiß ja das ist ein problem ist an wie alt gesagt passt doch ich habe mein team ist kacke ich habe keine richtigen doch hast du die florge ist wenn ich ja und unten technolist ja siehst du confusion funktioniert deswegen das probale und er bringt ihr jetzt eine box raus ja dann gehe auf schiff tree oder probale oder so in einen lokalen spleck lässt es ja eh passt doch soll ich wirklich da reingehen ja hast du noch kauf ja ja eben der vorste choice bags nee nee ist er nicht aber das habe ich belegt sie ist ja ich glaube nicht dass es becks ist und nicht schlecht muss ich mir das kraft oder so schickt voll die fresse ich kann ja das wird hier das soll ich hier schiff die darstellung schläft ist eindeutig eine cannabis pflanze eindeutig alle das macht ja schau dir seine hände ich glaube es ist hat man steht von hirn laocke werden alle ich denke ich glaube ich kann schichten wie rauchen ist gut mal so der podium welt geschickt wie vollständig rohme das ist so schlecht ich wollte gerade sagen hier füchert und für mich der örtliche der denkt jetzt ja das kommt es ist halt ob ihr es allerdings hätte toxic machen können ich bin ein name ist okay ist doch wirklich jetzt doch klar hast du tor und ja eben okay ich gehe jetzt in schiff weil der kann ich zwar außer nun besser was sie kennen was ist was ist mit dem typen typ ich glaube der der störung ja ja das war noch breaker ich hoffe du kennst der mit der nasigen stimmen ach so ja ich schau nicht viele videos von regi aber das kenne ich das macht so viel schaden liebe wirst du bist der macht ehe wie gut soll ich schicken dort mein gott clever warum bist du so gut ah okay physisch diffusiv ist na ja ein bisschen ja ja gott sei dank ja gott sei dank ein radler muss sein ich weiß ja nicht mal mach moderated chat ok mod chat class google class so ähm was soll ich machen shift wie wir ich habe angst vor scrawl ja ich habe eher ja ich habe ein poko was sprach dagegen ja eben ist eine schwäche das verbrennt meine das stimmt was meinst du das ernst aber deine abonnenten fragen was was fragen sie denn reinkommt king of the hill du bist verloren habe ich nicht mit kuballon überlebt aber trotzdem ist verloren soll ich mal für kuballon gehen weil ich ein guter spieler die genaubild ich kann sich freut jetzt drüben bleiben ich quitte und dann schlägt da ein ja ist gut gewesen für dich was für nutte spielt nicht mal wirklich ging es aber hast du erst ruhig auf relegator nein was ist das set warum akkert schärbt mit reich das nein weil ich die priority wollte doch 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 mit erst recht will hat das du gespielt ich kann tust du immer noch aber trotzdem gemacht er ist irgendwie ist es wahnsinn der macht die place ist schon der hat jetzt ein play gemaket so der geht jetzt in der geht jetzt in der rexpliza der macht new turn und geht in rexpliza ich habe kein toxin ich habe kein toxin stone edge was willst du von mir ich habe erdbeams gold ne der geht auf chrysalia soll ich scald machen ich verbrenne ihn jetzt der geht auf chrysalia ich verbrenne ihn jetzt einfach der ist voll gut ich hasse es wäre gegen gute ich bin so gut an diesem spiel auch das video von melevis gesehen oder gegen mich ja natürlich und und mein ich bin so gut in diesem spiel und jetzt einfach der macht toxin der macht toxin ich gehe in lachs weg kannst du kannst die kobali und gehen easy mache ich easy's prägt auf mein life bm hui ja er machte hier big boy plays einfach toll sich er kann nichts machen und der macht der reichentort ist ob es als ob das ob es ist so bin ich hier hallo macht er von der wahl von der wahl kommen also bin ich hier hallo es ist also mono attacker mit mobiles sich ja so eine faxen richtig schlatsgebscheid die aufschrift wie ich mache es wird ja ich kann nichts machen die geschichte wie das spielte recovery jetzt ich muss jetzt erst mal ich bin wirklich zu gut spielen wir machen mensch es ist Es hat keine Moonblast. Es hat keine Recovery. Get predicted. Easy. Fühlt sich du dann. So. So, jetzt einfach Knock-Off Tichy. Ja. Ja. Ich bin zu gut für dich. Du musst das Ray-on-Low kriegen und das... Das ist easy! Ich mach Sucker Punch. Ja, jetzt Sucker Punch. Und du musst auch das Impole-on-Low kriegen, dann sweepst du mit Thriller-Ligator. Easy. Alter, ich bin... Das ist wirklich... Fuck! Me... Nein! Ich teils das jetzt mal. Min Maxwell! Ich krieg die Krise! Shiftry vs. Hydra-on. Das ist so widerlich. Ach komm schon, weißt du? Keine Wollung mehr. Danke. Er hatte kein Item mehr und ich muss jetzt echt Facebook wegmachen. So. Soll ich einfach... Ja. Das sind... Blöde Rolls. Ich geh jetzt einfach auf... Oh ja. Hier, watch this play, okay? Ich geh jetzt auf meinen Peri-Ligator, Predicted. Ja? Die Tarnsteine. Der macht gegen Sucker. So real ist er nicht. Ja, dank's für Lumbery. Bist du nicht Lumbery? Nein. Ich hab Life auf. Hallo? Life auf Shierforce ist das Beste. Hallo? Hi. Hi. Der macht Tarnsteine. Er burnt dich jetzt. Er geht für Roar. Oh, get Predicted. Easiest. Burn. Nee. Ach, kein Burn. Jetzt machen wir einfach Crunch und Todes. Nee, ist es nicht. Ich weiß aber trotzdem. Obwohl. Okay. Ich bin tot. Burn. Nein. Ah, ich bin zu gut für dieses Spiel. GG. Ja. Beste. Was ist das? Was? Ja klar. Wow. Mhm. Fantastisch. Use WoW, wow. Du bist ein Trottel. Use Willow Wisp. Also für die, die es nicht wissen, Drum and Bass ist hier mein lieber CPUnit. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Der erste Kopf ist hier gleich vorbei. Ach so. Ach ja. Stimmt. Ja. Ja, ja. Hier macht er hier noch billige Plays. Hier mache ich Aquajet. Nee, eigentlich bin ich ja Shidi the Wands, aber lass es mir nicht anmerken. Du bist ja eigentlich der härtere, wie heißt er? Money Boy. Money Boy. Money Boy. Ich kann jetzt wieder mal Lines droppen. Lines droppen. Money Boy. Lines. Das kommt aufs Thumbnail. Also auf deines. Ja, natürlich. Ich bin zu faul. Ich glaube, der wundert sich gerade wirklich über die, die Aquajet, ne? Ja. LMAO. Ich brauche, ähm, der Relegator nicht mehr. Ah, ist ja klar. Wie ist der? Nur wegen Hex gewinnt er wieder. Danke. Danke, danke, danke. So. Boah. Ich, wenn der Kampf vorbei ist, hab ich, hab ich ne Line. Die droppe ich dann. Alter, das musst du aber machen. Die make ich dann. So, ich geh jetzt einfach nur auf Pidgeot, weil ich weiß nicht, ich kann Braveheart Taken. Ja. Easy Taken. Wir müssen eigentlich ganz der Denglisch sprechen. Taken, Maken. So, dann, dann eat mal diesen Hurricane. Boah. Easiest to go on. So. You got blown away. Okay. Du kannst doch verlieren. Kann ich nicht. Jetzt ein Crit, dann hieß da Hidden Power Grass Expert Belt. So, ich geh jetzt in Luxury, weil ich weiß, dass die Sidewagon noch, falls er mich mit, ähm, Draco quitten will, auf meinen Subplex, quitten kann. Und dann wird's verloren. Deswegen geh ich jetzt einfach auf... Es sind 50-50 Plays. Predicted. Ja, predichtet. Ja, predichtet. So. Soll ich RP machen oder Scaled? Geh für Scaled. Oder Rocks. Warum macht er eigentlich nicht Extreme Speed? Ich geh für Scaled gehen. Ja, weil er dich predichtet hat. Beziehungsweise ist er wahrscheinlich Assault West. Mit Hidden Power Grass. So Quatsch. Hören. Das ist Assault West. Das riech ich. Ja. Bleib bei Scaled. Du hast nichts zu verlieren. Okay. Du überlebst den Extreme Speed und so ein bisschen zu verlieren. Wenn du Langsamheit Rhaegon nicht auf einmal wieder einen Scarf equipt hat, sollte das kein Problem sein. Alles klar. Ich vertrau dir. Ich vertrau dir. Mein Bruder. Mein Bruder. So, und ich habe jetzt schon eine Line. Alter, ich bin bereit. Mach dich bereit. Ich mach mich bereit. Mach dich bereit. Ja, ah, ah. So, dann gewinnen wir das hier noch real quick. Aber jetzt macht er ihm noch das Store-Spielchen. Ah, der will sich nochmal ein neues Loch nennen. Das ist Choice Ben! Ich werde den Extreme Speed nicht überleben! Spaß! Außer der macht jetzt, äh... Nee, ist egal. Don't care. Verschrei es nicht! Nee, nee. Boah, ich will jetzt so lachen. Aber die Line, die ich jetzt habe, die ist echt gut, ja. Okay, das... Hoffentlich verhaue ich sie nicht. Das muss auf jeden Fall jetzt noch zum Ende dieses Parts... Von diesem guten Kampf, weil das war ja schon... Schon gar nicht Hexe, was du von mir. Ja? Und meine Wags steigen und steigen. Sehr schön. So, jetzt werde ich die Line bringen. Okay, tu es. Kutsch! Mein Schwanz ist lang. Ähnlich wie ein Martha Pfahl. Und ich treffe eine Bitch namens Martha. Und geb Martha Pfahl. Ha! Ha! Aha! Ist das von Money Boy, ja? Ja. Wow! Super! So, ich bin dran. Ja. Ja, ich hab die Lines, Alter. Ich hab die Lines. Du hast die Lines, Alter. Komm ran. Du hast die Lines, Alter.